UNTERTITELUNG Das ist nett! Pappé! Scheint erschrecklich in Sieglaut! Pappé! Pappé! Aha! Danke, Anja! Kurze Schluss! Pappé! Was ist das? Das ist nur meine wasserinjizierte, luftprojizierte Strömungsdüse. Nichts Gefährliches. Schon wieder, Pappé? Ich bin nicht schuld. Du wolltest doch, dass der Ballon weiter und schneller fliegt. Aber keine Sorge, ich kümmere mich drum. Wie weit genau kann er uns denn tragen? Wieso? Geht es um das Orakel? Um deine Feinde zu besiegen. Und seien sie in Scharen. Such nach denen, die übers Meer gefahren. Simo und Lassita? Die sind doch damals zusammen weggesegelt. Ja, vor ziemlich langer Zeit. Sie könnten mittlerweile auf der anderen Seite der Welt sein. Ja, genau. Pappé! Pappé! Wir wollen mit dem Ding auf eine lange Reise gehen. Wie stehen die Chancen, dass es nicht wieder explodiert? Mein getreuer Hammer. Er war doch im Getriebe. Jetzt sollte es funktionieren. Paddel ihr Hochgeschwindigkeitsströmungsexpress-Service nach... nach... äh... wo fliegen wir hin? Finde Simo. Folge dem Schmetterling. Hm. Bis nachher, ihr Bein! Wir sehen uns! Bis nachher, ihr Bein! Wir sehen uns! Bis nachher, ihr Bein!